Im Fluss der Farben die aus meinen Wüsten und Marrakesch-Reisen entstanden sind und ich denke, es ist eine ganz andere Welt von Bildern und von Farben, die Sie hier sehen. Musik Well, this afternoon you should certainly, I'm sure, appreciate the artist's work, the work of Mr. Neisi, Wilfred Neisi. He is presenting, you know, colors he captured from my country, the Kingdom of Morocco, in his own way, but I think, I mean, it's very original, it's photocomposition. It's presenting the Morocco everyone loves, but it's also presenting Morocco from his own point of view diverse. This is something to which we are strongly attached, Mr. Neisi. Unsere Erwartungshaltung wird in dieser Ausstellung irritiert und das ist schon mal eine gute Voraussetzung für die Aktivierung unserer Aufmerksamkeit. Der Titel Fluss der Farben ist ja keine Selbstverständlichkeit, dagegen klingt barokko ungewöhnlich anders, schon vertrauter und lässt uns hoffen. Liebe Gäste, das ist die Sonderedition. Die Sonderedition, die wir extra für diese Ausstellung in Marrakesch, die Kutubia Moschee durchbrochen mit grafischen Zeichen und mit Fliesen. Und hier Mr. Ambassador, this is here for you. Ich wünsche Ihnen in diesem Falle noch einen schönen Abend, genießen Sie ihn und danke, dass Sie da sind. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Und die Ausstellung wird wahrscheinlich noch dauern bis zum 6.11. bis zum 6.11. November. Sie können Sie zu den Tageszeiten, zu den Werktagszeiten hier in der Marokkanischen Botschaft, in den Kulturräumen noch sehen. und in der Nachricht für die Machtherrenzaten hier her, also die Coolplasszeiten sehr, die Kutubia Moschee. Bis zum nächsten Mal. Das war's für heute.